Einen Tag vor dem Trainingsauftakt hat sich die Mannschaft des FC Hansa Rostock am Dienstagvormittag zum traditionellen Fototermin versammelt. Das Team von Trainer Peter Vollmann posierte in diesem Jahr mal nicht im heimischen Stadion in Rostock, sondern vor der Pöhler Kogge Wissemara in Wismar. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Kai Schwertfeger, Aykut Erdogan, Markus Krüger, Christian Bickel, Marcel Siemer und Christian Stuff. Am Mittwoch startet Hansa dann in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Ab 14 Uhr schwitzen die Profis im Rostocker Volksstadion und präsentieren sich dort bei einem Showtraining den Fans.